Klar, manchmal gibt es Widerstand, aber ich habe ja im 15. Jahrhundert nicht kandidiert, weil es besonders einfach wäre. Ich habe kandidiert, weil ich überzeugt bin, Zürich habe mehr dafür, dass unser Kanton ein lebenswertes Zuhause für alle Menschen ist. Jetzt bin ich Regierungsrätin und kann an diesem lebenswerten Zuhause mitschaffen, zusammen mit all den Menschen, die unserem Kanton Führersche machen wollen. Das Grossartige an meiner Arbeit ist, dass ich Hindernisse aus dem Weg räumen und Zusammenarbeit erleichtern kann. Wenn wir uns vernetzen und uns von Hierarchien nicht bremsen lassen, dann finden wir auch für die schwierigsten Probleme gute Lösungen. Hier möchte ich gerne weiterarbeiten. Ich möchte weiterhin eine verlässliche Partnerin sein für die Gemeinden, die Gemeinschaften, für die Schaffenden und die Schaffenden. Für all die Menschen aus unserem Kanton, die sich für einen Kanton einsetzen, der vielfältig, offen und mutig ist. Am 24. März in Waale. Ich freue mich, wenn Sie mich unterstützen. Ich bin zu, wenn Sie die Konzentration nicht verraten will. Hat mich zu mir seinen Vorfahren wieder erschienen. Ich bin mir mehr als hombre in Etenhelm ein Gast. Was gesagt, das ist ein Veranstalt für Insurance, was ich, was ich, was ich, wenn ich mich im Eten. Ich bin ungefähr zu Hause, wenn ich mich im Eten. Ich bin überlegt. Ich bin überlegt. Vielen Dank.